Aber wie Massiv, Hatta oder Kapital setzen neuerdings auf Fleisch und Pizza. Danke dir, Sikö. Das hat mir eine bekannte, gute Bekannte mitgebracht. Ich weiß, dass... Ich weiß, dass... Wir brauchen hier gerade alle Shisha und die Jungs wollen alle... Hey, was sagst du am liebsten, Bruder? Bruder, es gibt nur einen Geschmack, Huba Cola. Ich küsse deine Augen, wir müssen nach Huba Cola nach Dubai bringen, Bruder. Huba Cola, Bruder. Huba Cola, Bruder. Alle sagen Huba Cola. Ich warte auf meine Palettenbratlein. Bruder, wir müssen Paletten hier ein paar rüberschicken für die Braus, du weißt Bescheid. Du verlebt. Ich hab's geschafft. Ich hab sie gefunden, Bruder. Hey, pack die aus, Bruder. Come on, come on, come on, please, please. Ich brauch diese, genau diese hier. Ich hab sie gefunden. Yes, yes. Bruder, weißt du, was passiert, wenn ich die... Boah, Bruder, wenn der Drache rauskommt, er wird alles verkehren. Bratans, ich bin hier gerade bei Adidas Dubai, was geht ab. Was geht ab, Bruder? Hey, Bruder, du trägst Nacka, aber sei mal ehrlich. Adidas, Bruder. Immer. Immer Adidas. All's cool. Bruder, Adidas sind die Kings, Habibi, ob ihr wollt oder nicht. Hey, Bratans, ich bin sogar hier reingekommen in Adidas Store. Hier hab ich paar Fans getroffen, paar Bratans. Was ist Adidas? Das sind die krassesten. So sieht es aus. Berlin lebt, Brat. Viel Spaß euch, Junge. Pass auf euch auf. Ciao, ciao. Yo, es ist Kapital, Bruder. Es ist Drop-Off in OSS Dubai Mall. Es ist sehr gut, alles gut. Wir haben Spaß hier. Hey, Bratans, Bratans. Hey, Bratans. Wir waren so viel einkaufen heute, für die Kinder Geschenke, du weißt so so eine Sachen. Und alle fragen mich so, hey, Kaffee, du bist bei Adidas, warum gehst du da einkaufen, wenn du gesponsert wirst? Ich hab nur Socken gekauft.